Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von 360Football. Heute zeigen wir dir zwei stürmerspezifische Abschlussübungen, die wir auch öfters in unseren Individualtrainings machen. Unter in der Videobeschreibung seht ihr auch die Links dazu. Bruder, hast du noch was zu sagen? Heute gibt es Abschlüsse. Okay, Pre-Game ist drin, wir fangen an. Kommen wir nun zur ersten Übung. Der Trainer, der steht dort, wie Devin jetzt steht. Der zweite steht ungefähr hier. Wir zeigen euch ganz kurz vor, der Trainer, der ruft eine Farbe, zum Beispiel gelb oder rot, wie hier zum Beispiel. Das Spiel ist hier parat. Dann sagt er rot, ich gehe zu rot. Okay, wieder so, der Ball kommt, dann so schnell wie möglich zum Abschluss kommen. Dann kommt der zweite Ball, wir sind wieder hier. Ich spiele den Ball zum Trainer. Der Trainer spielt vorne durch. Dann auch wieder schnell abschließen. Dann hinten herum, Ball anschauen. Der Ball kommt hoch oder flach. Und dann noch Schuss. Das war jetzt das Schienbein. So darf es nicht aussehen. Aber wir fangen jetzt richtig an. Und gut. Ja. Yes. Und ja, mach das Ding noch. 3 von 3. Ah. Gelb. 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 So, zweite Abschlussübung. Wir starten hier hinter den zwei Markierungshütchen, einmal rot, einmal gelb. Wir kommen entgegen, bekommen den Ball und öffnen auf diese Seite, die der Coach sagt, entweder rot oder gelb. Ich öffne den Ball, gehe direkt zum Abschluss. Ich komme wieder zurück, hier dazwischen, lasse den Ball prallen. Eins, zwei, mache auf auf eine Seite, bekomme den Ball, einmal Annahme, Abschluss. Dann sind die zwei Schüsse auch schon durch und so funktioniert die Übung. Wir gehen gleich rein, dann seht ihr das gleich in der Übung drin. Vamos. Ja, gelb. Jawohl, zu mir prallen, komm. Aufmachen, genau. Und. Ja. Yes, das war es mit dem Video. Ganz geile Abschlussübungen, hat mir richtig Spaß gemacht. Dir auch? War es sehr, sehr geil, wieder mal zu schießen. Und wichtig, der Bruder hier, der hat eine riesen Schusstechnik. Wirklich brutal. Ja, 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 auf jeden Fall, Trainingsplan abchecken und da kommt auch die Schusstechnik, abchecken und auch die Supplements. Und ja, dann auch noch wichtig, YouTube-Kanal. Abonnieren, das Video liken, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren und der Bruder hat das Schlusswort. Let's go. Tschüss, CC Football. Vamos. Tschüss.